Die Platte Die Platte Die Platte Die Platte Ha! 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 Ich möchte bloß in Ruhe die Platte losen. Nur eine Stunde. Mehr verlange ich gar nicht. Das siehst du nur, damit ich dich in Ruhe lasse, damit du endlich deine verdammte Platte anlosen kannst. Wir erlauben sie zum Stören. Es gibt ja nämlich ein kleines Problem. Kein mit dir reden. Es ist wichtig. Ich muss mit dir reden. Alter, was laberst du? Verstaust du nicht, was sie versucht dir zum Erklären? Das ist jetzt aber blöd. Na, du bliebst jetzt nicht allein, Michel. Wir blieben jetzt bei dir. Was? ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020